Ja, wir leiten den gemütlichen Teil des Festes ein. Lieber Boris, liebe Festgemeinde, Sie dürfen jetzt das Jackett ablegen. Als ehemaliger Kinderneurologe habe ich die Idee der Krawatte auch nie vollzogen. Warum wird ein Mann attraktiver und glaubwürdiger, wenn er demonstrativ die Blutzufuhr in seinen Kopf drosselt? Gut, also lassen Sie uns hier darüber nachdenken, warum das heute so ein außergewöhnlicher Preis ist. Und ich bin selber in der Kinderheilkunde in der Charité gewesen und wie eng Kommunikation und Schmerzwahrnehmung zusammenhängen, werde ich nie vergessen. Ich musste assistieren, als der Chefarzt ein privat versichertes Kind lumbal punktierte. Das ist sehr unangenehm, aber eigentlich gefahrlos. Man macht sich so krumm und muss dann mit einer Spitzennadel in den Rücken. Und er war so in der alten Schule, recht paternalistisch und sagte dem Jungen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich werde nie vergessen, wie der Junge sich umdrehte und ihm ins Gesicht schrie, ich bin kein Indianer, du Idiot. Und er zeigte mir, wie Boris Serniko eben beispielhaft Kommunikation vom Patienten her denkt. Ich habe selber Wissenschaftsjournalismus studiert, deswegen gestatten Sie mir einen kleinen Ausflug in die Wirksamkeit und die Wirkmächtigkeit, die wir dort haben. Denn wenn man in der Kinderklinik ist, hat man sehr viel mit Themen zu tun, die man in der Kinderklinik lösen kann. Und deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, all das Wissen in Form von Wissenschaftsjournalismus ins Volk zu bringen. Ich habe dann fünf Jahre für den hessischen Rundfunk eine Sendung gemacht, die hieß Service Gesundheit, wo ich jeden Donnerstag gesagt habe, nicht rauchen, bewegen Gemüse. Bis sich kapiert, die Leute, die das regelmäßig gucken, die wissen das jetzt. Und Boris, wie du völlig richtig gesagt hast, die große Frage ist, wie kommt man an die Leute ran, die ihre Kinder nicht zu einer U-Untersuchung bringen, die nicht das Geld haben, die nicht die Ressourcen haben, zu verstehen, was die Exzellenz, die beste Klinik für das Problem ist. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann klargemacht, es gibt immer the law of inverse need in der Kommunikation. Man predigt immer den Falschen, das ist nicht nur in der Medizin so. Das ist in vielen Bereichen so, wenn man Telefonmarketing macht für Hörgeräte. Die Leute, die rangehen, sind nicht die, die es am dringendsten brauchen. Und deswegen mache ich inzwischen Comedy bei RTL. Weil da Leute gucken, die Pommes für Gemüse halten. Und wenn mich manche Leute unterschätzen, weil sie denken, in was für bekloppten Fernsehsendungen ich manchmal auftauche, dann habe ich nur eine Frage an sie, woher wissen sie das? Also die große Frage, wie kommt Kommunikation zu den Menschen, die sie wirklich brauchen? Boris, du bist ein Pädiater der alten Schule. Du bist nämlich ein Arzt, der für die Menschen da sein möchte. Ich habe an der Charité gearbeitet. Wenn man heute Menschen auf der Straße fragt, wofür steht das Wort Charité? Dann denken wir, wahrscheinlich kommt es von Shareholder Value. Weil die Medizin sich verändert hat in den letzten 30 Jahren. Charité kommt aber von dem schönen alten lateinischen Wort Caritas, von Nächstenliebe. Ein Patient, wie du völlig richtig sagst, ist kein Kunde. Es ist ein Leidender vom Wort her. Und sich um Menschen zu kümmern war ursprünglich ein Akt der Barmherzigkeit und nicht des Kommerzes. Wenn wir ein Hospital so benennen, heißt das, es ist ein Ort für kranke Menschen, ein Hospitality-Ort. Und die erste Frage sollte immer noch sein, wie kann ich dem helfen und nicht, wie kann ich dem so im DRG-Fallpauschalen-System verschlagworten, dass ich maximal Rendite mache. Und deswegen finde ich es so außergewöhnlich, dass du heute diesen Preis bekommst, weil du eben nicht an einer großen Uniklinik arbeitest, sondern deine Nische gefunden hast in einem Ort wie Datteln und wie Witten, wo wir uns auch kennengelernt haben bei dem Vortrag, den ich dort für die Studierenden gehalten habe. Ganz wichtig, wie oft Kommunikation unterschätzt wird, das ist die Literaturliste zu dem 10-Minuten-Zeichentrickfilm. Und das sind nur die Artikel mit A. Wir unterschätzen die Komplexität, die darin besteht, Dinge einfach, klar, aber richtig zu sagen. Und ein liebster Satz war kompliziert, weil nicht lineare Interaktion. Und deswegen bedanke ich mich auch im Namen der Öffentlichkeit und der Steuerzahler bei der DFG, dass sie sich getraut hat, diesen Schritt zu machen. Denn ich weiß, das ist nicht einfach. Es ist leichter, jemanden auszuzeichnen für Signalwege in der Zelle, als jemanden auszuzeichnen für Signalwege aus der Zelle raus. Aus dem Elfenbeinturm raus. Und einen Mediziner auszuzeichnen, der bisher noch kein DFG-Stipendium hatte, auch das ist ein Novum. Ich habe dank eines Stipendiums, deswegen bin ich auch sehr froh über die Forschungsgemeinschaft in Deutschland, in England studieren dürfen. Ich werde nie vergessen, wie der Oberarzt mich fragte, was ist eigentlich das wichtigste Teil am Stethoskop? Und ich überlege, das ist die Membran, das ist der Schlauch. Und er sagte, nee, der Teil zwischen den beiden Ohrenstöpseln. Und das sollten wir nie vergessen. Du hast den Schmerz im Griff. Wir belächeln Leute, die sich verständlich machen. Immer noch. Es gilt nicht als ein Zeichen von Exzellenz, verständliche Bücher zu schreiben. Dabei ist das eine große Kunst. Auch die Stationen so zu gestalten, dass sie multimodal funktionieren, dass da Kinder Freude haben. Wenn man heute in Krankenhäuser geht, dann fragt man sich auch, was denken die Leute, wie man hier gesund sein soll. Ein Krankenhaus ist kein guter Ort für kranke Menschen. Und deswegen auch, wie immer, nur mit Spendengeldern, alles nicht Teil der Regelversorgung, dort Vorbildliches geleistet. Du sagst auch selber, wir haben darüber länger gesprochen, wie wichtig auch die Atmosphäre im Team ist, aber auch der spielerische Ansatz mit den Kindern, dass Lachen gegen Schmerzen hilft. Das können Sie sich selber beweisen in einer kleinen Studie mit einem Hammer. Du hast es vorhin erzählt. Nehmen Sie einen Hammer und hauen sich zweimal auf den eigenen Daumen. Einmal alleine und dann nochmal in Gesellschaft. Sie spüren den Unterschied. Alleine tut es lange weh. In Gesellschaft muss ich über mein Missgeschick lachen und der Schmerz lässt nach. Und deswegen sollten Menschen mit Schmerzen nicht alleine sein und was zu lachen bekommen. Kinder lachen normalerweise 400 Mal am Tag. Erwachsene 20 Mal, Tote gar nicht. Da erkennt man auch ohne ANOVA-Analyse die statistische Tendenz. Gleichzeitig ist es unglaublich schwer, diese Dinge wie Musik, wie Kunst, wie Lachen wissenschaftlich exakt zu publizieren. Stellen Sie sich vor, ich möchte eine Doppelblindstudie machen zur Wirksamkeit von Clowns. Ich würde sie in zwei Gruppen teilen. Die einen kriegen die echten Humorinterventionen, die anderen den Placebo. Machen wir mal einen kurzen Test für die Kontrollgruppe. Blinder Mann kommt in den Geschenkartikelladen, nimmt den Hund am Schwanz, schleudert ihn um den Kopf. Verkäuferin fragt, kann ich Ihnen helfen? Er sagt, ja. Sehr gut, das war ein Placebo-Witz ohne Pointe. Das Gesicht von eben behalten Sie. Ich erzähle der Währung-Gruppe den Witz mit Pointe. Blinder Mann im Geschenkartikelladen, nimmt den Hund am Schwanz, schleudert ihn um den Kopf. Verkäuferin fragt, kann ich Ihnen helfen? Er sagt, nee, ich schaue mich nur ein bisschen um. Jetzt hat sie es doch gerissen. Aber das zeigt nur, wie verdammt schwer es ist, auch Dinge, die so offensichtlich richtig sind, wissenschaftlich genau zu belegen. Wir haben ein ernstes Vertrauensproblem in der Wissenschaft. Ich war neulich beim Netzwerk Evidenzbasierte Medizin eingeladen. Und ich war geschockt von dem Editor des British Medical Journals, als er vorgerechnet hat, wie groß die Vertrauenskrise in der Medizin ist. Denn man kann wunderbar alle Studien mit Hirnscans veröffentlichen. Dahinter war ein toter Fisch. Er sagt aber, wir dürfen nicht darüber zögernd nachzudenken, ob wir über die richtigen Dinge forschen, wenn von, nachweislich, 25.000 Veröffentlichungen eine am Ende beim Patienten ankommt. Und deswegen ermutige ich sie von den Mäusen, sich wieder den Menschen zuzuwenden. Und dafür die Kreativität und den Humor, der im Interpersonalen ist, zu nutzen. Und da ist noch Platz nach oben. Bevor ich, muss mal kurz eine Nulllinie beim Publikum ermessen. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Geisteswissenschaftler, wie viele Naturwissenschaftler, wie viele Mediziner da sind. Wir haben einen kurzen Test für die Naturwissenschaftler. Ein Testwitz. Ein Neutron steht vor der Disco. Und der Türsteher sagt, sorry, heute nur geladene Gäste. Okay. Dann einer. Wie viele Mediziner sind im Publikum? Was ist das, wenn ein Orthopäde und ein Chirurg ein EKG befunden? Eine Doppelblindstudie. Okay. Und was wollte ich noch? Genau. Ich wollte noch das allgemeine Selbstironieverständnis kurz testen. Statistisch ist jeder dritte Deutsche hässlich. Wenn sie kurz die Gelegenheit nutzen, rechts und links schauen. Und wenn die beiden okay aussehen. Dann haben sie Humor. Sie dürfen alle bleiben. Wofür ich Boris loben will, ist, es gibt einen schönen Satz, Pioniere erkennt man daran, sie haben Pfeile im Rücken. Und auch wenn man heute ihn feiert, darf man nie vergessen, wie steinig dieser Weg ist mit einem Thema, was keine Lobby hat, was kein Geschäftsmodell hat, wo er sagt, wie viel einfacher es ist, für Studien mit Medikamentengeld zu bekommen, als für alle die Beratungen, die Gespräche, all das, was drumherum passiert. Das wird nicht ernst genommen bis heute in seine Wirksamkeit und dafür muss man nicht immer wieder als Vorbild auch loben. Und deswegen habe ich dir auch einen kleinen Preis mitgebracht, nämlich ein paar Manschettenknöpfe für Annelies wie diesen. Da steht drauf, trust me auf dem einen und I'm a doctor. Die möchte ich dir nachher verleihen, weil wir haben eine Vertrauenskrise. Die Menschen denken nicht besonders vernünftig. Und das, was Wissenschaft tut, ist überhaupt nicht mehr Common Sense. Wir schlittern auch durch diese Umsonstkultur im Internet in eine Zeit rein, wo jeder Bullshit erzählen kann und sich keiner mehr fragt, wo ist die Quelle, wo ist der Beweis, wie wurde dieses Wissen sozusagen gefunden. Kleines Beispiel aus meinem Bühnenprogramm über Alternativmedizin. Ein Freund von mir ist sehr esoterisch. Wir frühstücken, da fällt der Toast auf die Butterseite vom Tisch und er sagt sofort Murphy's Law und ich sage Newton. Für ihn war es ein Beweis, dass immer das Schlimmste anzunehmende passiert, wenn ich sagte, vielleicht geht es auch eine Nummer kleiner, das zu erklären. Ich sagte, pass auf Paul, vielleicht hast du so eine zentrale Position im Universum, dass es da dunkle Kräfte gibt, die den ganzen Tag sich den Kopf zerbrechen, wie sie dir persönlich das Leben schwer machen. Das ist eine mögliche Hypothese, aber nach einem Messer, lass uns mal überlegen, ob wir es auch mit Rotation und Gravitation erklärt bekommen. Und ich merkte schon, er mochte das nicht. Und ich sagte, pass auf, der Toast kann sich aus dieser Höhe nur ein halbes Mal drehen und deswegen ist er immer auf der Seite, die vorher oben war. Ja, du mit deiner Wissenschaft. Da dachte ich, Paul, das Schöne ist, das ist nicht meine Wissenschaft, die gehört uns allen. Das würde jeder Toast an jeder Stelle der Welt tun. Ob du oder ich dabei sind, ist dafür völlig irrelevant. Und ich merkte schon, wie ihm der Kamm schwoll. Und ich sagte, wie finden wir heraus, ob du oder ich recht haben mit der Erklärung der Hypothese. Und ich sagte, wir machen eigentlich das Moment. Du machst den Toast selber, eigenhändig, mal aus der doppelten Höhe. Lässt ihn fallen, wir gucken, was passiert. Ergebnisoffen. Und was macht der Toast? Vorhersagegemäß eine ganze Umdrehung und er landete auf der Seite ohne Butter. Und ich dachte, jetzt ist er überzeugt. Pussekuchen, der war richtig stinkig. Er hat gesagt, gib dazu, du hast mit Absicht die Butter auf die falsche Seite gemacht. Und wie in jedem guten Witz steckt darin ein großes Fund Wahrheit. Nämlich die große Frage, wie überzeugt man Menschen von wissenschaftlichen Denken, die überhaupt keine Lust haben, überhaupt so herangeführt zu werden. Und deswegen ist es eine Aufgabe für alle, denen diese Art und Weise dieser Welt zu begegnen wichtig ist, sich viel mehr Gedanken darüber zu machen, wie wir die nächste Generation auf diesen Zug aufsetzen. Insbesondere was seelische Gesundheit, Psychologie angeht. Dafür habe ich mit Glück kommt selten allein versucht, auch neue Wege in der Kommunikation zu finden. Ein Online-Training, noch keine App, aber immerhin ein Online-Training, was wir auch dann wissenschaftlich evaluiert haben. Und es funktioniert. Es funktioniert vor allem bei gestreusten Callcenter-Mitarbeitern, nicht bei Leuten, die sich sowieso Ratgeberbücher kaufen. Paul Watzewick hat uns allen wunderbare Metaphern geliefert, wie schnell wir pseudorelevante Zusammenhänge sehen. Ein Mann geht durch die Straße und klatscht in die Hände. Und er wird gefragt, was tun Sie da? Ich vertreibe Elefanten. Hier gibt es keine Elefanten. Sehen Sie? Und er hat auch etwas sehr Wichtiges gesagt. Wenn man Ratschläge gibt, das sind auch Schläge. Und gerade wenn man so tut, als wäre es einfach, Dinge zu verändern, fühlt man sich danach schlechter als vorher. Und, wie wir auch bei jeder guten Studie wissen, man braucht eine Kontrollgruppe für den natürlichen Verlauf. Wenn ich mich ans Meer stelle und Leute aus den Bergen beeindrucke, dann sage ich, passen Sie auf, ich kann dafür sorgen, dass das ganze Wasser sich dem Ufer nähert, geben Sie mir sechs Stunden Zeit. Wenn man nichts von Ebbe und Flut weiß, ist man beeindruckt. Das heißt, wir müssen uns viel mehr darüber Gedanken machen, wie findet Wissenschaft zu den Menschen, die Entscheidungen treffen. Ganz konkretes Beispiel. Kommunikation über Masern. Es sind Kinder wieder gestorben an einer Infektion, die man mit zwei einfachen Injektionen verhindern kann. Und Boris, du hast auch diese Kinder. Ich kenne die auch aus der Kinderneurologie. Die schwere Hirnhautentzündungen haben, die nicht mehr zu sich kommen, die wir sozusagen opfern einer ideologisch geführten Impfdiskussion. Ich habe neulich bei Frank Plassberg auf dem Podium gesessen mit drei Leuten, die gegen Impfen waren und zwei, einem Kinderarzt und mir sozusagen als Gegenstimme. Und ich habe mit der Redaktion gesagt, was ist das für ein komisches Panel? Wie können wir diese Diskussion führen, wenn eine Gruppe, die zwei Prozent in der Bevölkerung ausmacht, plötzlich 60 Prozent auf dem Panel kriegt? Und deswegen müssen wir uns ganz klar machen, nur weil man vernünftige Dinge sagt, verhandelten sich die Leute nicht vernünftig. Wir brauchen viel anschaulichere Modelle. Wir brauchen mehr Forschung darüber, was dann passiert mit Informationen. Die einzige, die ich in Deutschland kenne, die das macht, ist Cornelia Betsch, die sich damit beschäftigt hat, was passiert, wenn man Impfen zur Pflicht macht. Erstmal denkt man, es ist eine vernünftige Sache. Aber, wenn man länger darüber nachdenkt, es macht die Leute, die sich da wehren, noch mehr zu Märtyrern und es führt genau zu dem Gegenteil von dem, was man erreichen will. Das heißt, wir müssen, wie Herr Algova auch gesagt hat, wir müssen die Wirksamkeit von Kommunikation genauso ernsthaft untersuchen, wie die Kommunikation selber. Wissenschaftskommunikation hieß lange, ich mache verständlich, was geforscht wird. Aber, dass damit Verhalten oder auch Verständnis tatsächlich bei den Menschen ankommt, darüber wissen wir erschreckend wenig. Die Amerikaner machen es uns vor, man kann das sehr, sehr lustig machen. Gucken Sie sich mal an, Choosing Wisely. Ein Video zu dem Happy Song über den Unsinn von unsinnigen Untersuchungen. Du hast es wunderbar gesagt mit den MRTs. Wir fixieren Leute auf Krankheiten durch teure Untersuchungen. Und jeder, der bei drei nicht auf dem Baum ist, kriegt heutzutage ein neues Knie oder eine neue Hüfte eingehämmert. Und die Indikation ist gestellt, also der Bedarf ist klar, weil er bei drei nicht auf dem Baum war, also offenbar bewegungseingeschränkt. Der Hintergrund ist natürlich, dass es sich lohnt, dass es dafür eine Fallpauschale gibt. Wenn man Menschen gesund hält, verdient man nichts. Wenn man ihnen Schmerzen nimmt, auch wenig. Deswegen hast du es geschafft, dich hinzuknien und zu sagen, ich erkläre das an den Beispielen, die Leute kennen. Nämlich an Fußball, am Kicker. Und es sieht so ein bisschen so aus, als hättest du der Partie verloren. Aber das war ein gutes Beispiel, weil mit der Tolan hat auch diesen Preisgericht, Gigerenzer hat mit mir zusammen diesen Film für Faktencheck Gesundheit gemacht. Wie redet man über so unsexy Dinge wie PSA-Tests, Prostata-Antigen-Screening-Methoden? Was ihr gemacht habt, ist beispielhaft. Durch diese zeichnerische Ebene kann man ganz viele unangenehme Dinge ansprechen, ohne dass sie wehtun im Anschluss. Wir haben sozusagen ein Fußballstadion geteilt in Fußballfans, die für PSA und die gegen PSA sind. Und die Sterblichkeit dann in Form von Engelchen verliert ein bisschen an Schrecken und trotzdem kommt die Info genau rüber. Wir brauchen Heroes der Vermittlung. Und wenn man sich anguckt, wie viele Millionen diese TED-Videos gucken, sehen wir auch, wie viel Interesse bei der allgemeinen Öffentlichkeit ist, gut präsentierte Wissenschaftskommunikation wirklich zu schätzen. Das ist Ben Goldacre, Battling Bad Science, ein wunderbarer Redner, auch seine Bücher sind ins Deutsch übersetzt. Wir brauchen auch Heroes der Vermittlung aus dem öffentlichen Bereich. Das große Dilemma, alle großen Volkskrankheiten, wir haben kein Modell, wie wir denen begegnen. Wir haben Diabetes, noch Adipositas, noch Suchterkrankungen, noch die ganzen seelischen Erkrankungen. Und Stephen Fry stellt sich hin und sagt, ja, ich bin manisch-depressiv. Und das und das hat mir geholfen. Unglaublich, unvorstellbar fast in Deutschland. Es tut sich was. Senseable Science ist eine wunderbare Seite. Wenn man nur mal überlegt, wie dieses ganze Detox-Zeug durch die Welt geistert, was alles entgiftet werden soll, was einfach Verkaufsmasche ist und dann den Leuten zu sagen, probiert es mal, das und das ist dran, hat neulich auch Wellen geschlagen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Da hat ein Studienkollege von mir, Gunter Frank, ein Institut, fiktives Institut gegründet, nämlich das Institute of Diet and Health in Mainz. Hat eine ganz billige Homepage errichtet, hat eine Studie gemacht mit fünf Leuten und hat bewiesen, dass Schokolade beim Abnehmen hilft. Hat das veröffentlicht in einem Journal, was jetzt nicht unbedingt für Peer Review und High Impact stand, aber es gibt immer irgendeinen Deppen, der das veröffentlicht. Also er hat überhaupt nichts gemogelt. Er hatte diese Daten nicht frisiert, er hat nur einfach so lange hin und her gerechnet, bis man was rauskriegt. Und das ist bei fünf Leuten auch nicht so schwer. Die spannende Frage ist, wie viele Leute drucken das nach in Deutschland? Und das Erschreckende ist, es kam auf die Titelseite von Bild, es kam auf die Titelseite von Fokus, es kam auf die Titelseite von Brigitte. Das heißt, wenn wir nicht dafür sorgen, dass Wissenschaftsjournalismus in diesem Land einen Stellenwert hat, werden immer mehr unsinnige Botschaften durch die Welt gepustet, weil kein Redakteur mehr kapiert, das kann gar nicht sein. Kein Redakteur hat geguckt, wo kommen diese Daten her, gibt es dieses Institut, wer hat das untersucht, was war die Methodik. Und deswegen möchte ich lobend erwähnen, dass einige Leute aus der Jury sich auch für den Mediendoktor engagieren, nämlich dieses Handwerkszeug wirklich hochzuhalten. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, denn der heiße Stein heißt auch, es gibt ein Science Media Center, aber auch wieder nur aus privaten Mitteln, nichts, was in der Öffentlichkeit finanziert ist. Ich erlebe gerade in meinem eigenen Sendersystem im WDR und der ARD eine Katastrophe, die hoffentlich noch Wellen schlägt und deswegen heute hier in dieser Community auch ein paar ernste Töne. Die freien Journalisten, die einen Großteil der Berichterstattung machen, sollen radikal gekürzt werden. Das heißt, immer weniger Fachkompetenz, immer mehr schnell, schnell, immer mehr Zusammenschnitte, immer mehr, ach komm, Pressemitteilung, ja, machen wir. Und das ist der Kern des öffentlich-rechtlichen Systems. Genauso wie Sie, genauso wie öffentliches Geld zusammenkommt für die ARD, müssen wir verteidigen, dass dieses Geld auch dafür ausgegeben wird, dass es im öffentlichen Interesse unabhängiger Journalismus gerade auch zu Wissenschaftsthemen gibt. Und deswegen hoffe ich, dass nachher in der Diskussion auch bei Sekt und Schnittchen auch darüber gesprochen wird, wie kann man diesem Desaster entgegen gehen und sagen, hier, wir brauchen das, das ist der Kern der ARD, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und wir brauchen Heroen, die uns zeigen, wie cool auch Wissenschaft ist. Ich hatte das große Glück, Eric Kandel interviewen zu dürfen. Das ist der Medizin-Nobelpreisträger, der die Synapse bei Aplysia entdeckt hat. Ich redete mit ihm über Kunst. Und ich sagte, dieses Bild macht mich aggressiv. Er sagte, nee, es macht mir Freude. Und er schnappte sich seine Frau und tanzte durch das Kunstmuseum, weil er Wiener ist und nicht ganz freiwillig Wien verlassen hat. Und ich fragte ihn dann, warum gehst du mit über 80 Jahren immer noch jeden Tag in dein Institut? Und er sagte den schönen Satz, Eckart, ich wüsste nicht, was mir annähernd so viel Freude machen könnte, wie weiter zu forschen, weiter Fragen zu stellen. Und ich fragte ihn, wie lernt man zu denken, wie ein Nobelpreisträger? Und er sagte, typisch jüdische Denkkultur, die anderen Kinder wurden, wenn sie aus der Schule gekommen sind, immer gefragt, was hast du heute in der Schule gelernt? Und ich wurde immer gefragt, was hast du heute in der Schule für eine Frage gestellt? Gute Fragen zu stellen, ist wichtiger als Antworten parat zu haben. Und diese Art von Denken kann man kultivieren oder wir können auch zusehen, wie diese Art im Inneren der Zeithalter dahin schwindet. Neugierig zu bleiben ist unsere alle Aufgabe. Und ich finde es auch lustig, dass wir im Bergbaumuseum tagen, was aus einer Zeit stammt, wo die Klimaanlage noch keine Rolle spielte. Was uns aber auch daran erinnert, man braucht viel Kohle, um ein paar Diamanten zu finden. Und ich möchte mich verabschieden mit einem kleinen Zaubertrick. Denn der Hebel der nicht-linearen Übermittlung ist riesig. Drei Beispiele. Wir haben wirksame Medikamente gegen Bluthochdruck. Die Hälfte der Menschen, die es brauchen, nimmt es nicht. Die Hälfte der Menschen, die dement werden könnten, fünf Jahre später erst dement werden, wenn wir Blutdruck behandeln. Und es ist keine Frage, dass wir nicht genug über den Rezeptor wüssten. Wir wissen viel zu wenig darüber, wie Menschen motiviert sind, das zu nehmen, was sie brauchen. Beim Impfen haben wir es gesprochen, bei der Überversorgung. Und deswegen eine letzte kleine Attacke auf Ihr lineares Denken. Ich war lange, bevor ich Medizin studierte, schon begeistert für die Zauberkunst. Zwei Dinge passieren hintereinander und sofort denkt unser kausal-analytischer Verstand, aha, ich habe es kapiert, das hängt zusammen. A passiert und B passiert, also passiert B, weil A vorneweg ist. Post hoc ergo prop doc. Oder der Berliner sagt, ditt weil ditt. Und im biologischen System, erst recht in der menschlichen Seele, sind die Dinge eben nicht so einfach wie A und B. Es gibt immer ein X, was mit A zusammenhängt. Ein Y, was mit B zusammenhängt. Und das Ganze ist meistens so nicht lineal miteinander korreliert, dass unser kleiner Verstand ganz schnell aufgibt. Wir brauchen nicht mehr zu wissen über die Benachteiligung von 20% der Bevölkerung. Wir müssen mehr wissen über wirksame Interventionen. Und das heißt auch, sich an komplexere Dinge heranzutrauen und sich trauen, in die Röhre zu schauen. Und dafür baue ich auch mein Modell auseinander. Und ich zeige Ihnen, die Verbindung war nicht zwischen meinen Händen, die war zwischen ihren Ohren, in ihrer Fantasie. Je größer die Insel unseres Wissens, desto größer ist das Ufer zum Ozean unserer Ignoranz. Und deswegen sind gute Wissenschaftler nie arrogant wie das Klischee, sondern sind immer bescheiden und demütig, ihrem Fach und den Patienten gegenüber. Und die freuen sich, wenn man auch manchmal nicht weiß, wie es geht und es trotzdem irgendwie funktioniert. In diesem Sinne, lassen Sie uns die Kommunikation und den Humor ernst nehmen, denn es ist das, was Menschen brauchen. Herzlichen Dank.